Mein Name ist Linda Heitmann und ich trete in Altona als grüne Direktkandidatin für den Bundestag an. Seit fast zwei Jahrzehnten mache ich Politik. Ich setze mich ein für Klimaschutz, eine nachhaltige Lebensweise, für Gerechtigkeit und Toleranz. Jeden Tag sehe ich in meiner Arbeit in der Suchthilfe eine unzureichende Versorgung von Menschen, die Hilfe brauchen. Ich beobachte die Auswirkungen der Zweiklassenmedizin und der Sparpolitik im Gesundheitssektor. Darum treten wir als Grüne für eine Bürgerversicherung für alle ein. Als Mutter verstehe ich den Spagat, den Eltern, vor allem Frauen zwischen Berufstätigkeit und Familie versuchen. Ich kämpfe für Gleichstellung der Geschlechter, für Kinderrechte, für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und zwar für Familien jeder Art, nicht nur für die klassische Ehe. Altona, das ist ein diverser Stadtteil und gerade das liebe ich hier. Ich trete ein gegen Diskriminierung, für Vielfalt und gegen Rassismus. Und für all diese Ziele brauche ich am 26. September eure Stimme, um Altona im nächsten Deutschen Bundestag zu vertreten.